Hallo und herzlich Willkommen zum 48. Let's Play Minecraft Pocket Edition mit Livy IP 1992. Hoi. 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 Ja, wieso nicht? Ähm. Ja, ganz toll neu. Ähm. Wir spielen jetzt. Oh mein Gott, was geht ab? Verdammt. Kommst du wieder da rein oder schotzt deine App ab? Nee, irgendwie war das grad ganz kurz. Ich hab mir überlegt, dass diese Zinnen oder die Dinger da hessen, die gefallen werden, die müssen half-slip sind. Sieht sonst irgendwie scheiße aus. Und deswegen... So, da machen wir noch ein paar. Das war bei 64 und perfekt. So. Ja, also ich hab grad ne Ohrwurm. Und was für ein? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Das sagt mir einfach absolut nix. Ähm. Ähm. Ich hab dir das vorhin gezeigt. Davor kanntest du das mal. Ja, okay. Woppa Gangnam Style. Ach, dieser Rotz. Ja. Vorhin, das war heute früh, aber egal. Naja, ist doch vorhin. Ähm. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Gangnam Style findet. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann... Ähm. Schaut in die Beschreibung, da wird der Link zum Originalvideo sein. Oder... Moment. 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 Oder... Hört einfach jetzt mal kurz hin. Moment. 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 Wofa... Hoffentlich ist es nicht zu laut. Geht's überhaupt alles los? Das war's auch schon wieder. Wie schon gesagt, der Link dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist bei vielen ganz beliebt und ich will wissen, wie ihr es findet. Und ich glaube es wird Nacht, wir können mal fängen gehen. Was machst du denn überhaupt? Ich wollte gerade Holz abhacken gehen. Also bist du an so einer Hütte rausgekommen, ne? Jo. Ja. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Warum gewundert? Na weil ich es noch nicht kannte. So, muss ich mal das Let's Play angucken. Da kannst du nämlich mal... Da hast du in die Kiste mal geguckt? Ne. Da war eine Axt drinne und noch anderes Zeug drinne, damit ihr es euch immer gleich rausnehmen könnt. Mhm. Okay. Ja, sieht besser aus so. Wollten wir nicht ins Bette gehen? Ja, naja. Ich muss ja erstmal rumherkommen wieder. Ja, es wird dunkel. Äh, mir wurde schon wieder was vorgeschlagen über was zu reden. Und zwar, welche Items ich gerne haben möchte beim Update der Pocket Edition. 0.5.0 oder so. So. Und was ich da halt gerne haben wollte. Und ich... Ähm... Hm. 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 Ich bin grad. Äh, ich würde halt zum Beispiel gerne auf jeden Fall Redstone haben. Und, äh, ihr habt mir ja, oder manche haben ja, ähm, mir einen Link gezeigt. Von, äh, wo man, äh, vom Minecraft Wiki, wo die Updates immer so, die, was da halt in den nächsten Updates kommt und so, äh, gezeigt wird. Oder was man da halt sieht. Und... Ja, und da hab ich halt ja auch gelesen, dass das, ähm, ähm, es erst mal am 8. bis 22. Oktober rauskommen soll. Werden wir ja sehen. Und... Dann noch... Äh, warte, was war das? Dass vielleicht Redstone kommen könnte. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Weil Redstone ist schon was. Das ist schon ne geile Sache. Stimmt's? Joa, schon auf jeden Fall. Kennst das gar nicht, oder? Na, du hast mir doch letztens gezeigt, oder? Hm. Ja. Naja, also, VIP spielt nicht so richtig auf dem Computer. Ich eigentlich auch nicht, aber ich kenn mich da wenigstens noch böse aus. Und... Er halt überhaupt nicht. Er hat mit Minecraft Pocket Edition angefangen und deswegen... Nicht nur angefangen, ich spiel's auch nur. Hm. Ja. Und deswegen kennt er sich seine so aus. Das ist schon eine Bette. So gut wie immer da. Bitte, bitte, bitte funktioniere. Ja. So, ich kann fällen. Hm, na so. Cool. Ausnahmsweise. Wie lange machen wir denn heute? 10 Minuten? 15 Minuten? 15, wie immer. Also unter 15 Minuten, also 14. Okay. Sehr klar. Was soll ich abbauen? Ähm... Wir könnten gebrauchen... Halt... totales Halt. Okay. Dann nimm dir mal eine Achse raus. Hab' ich schon, hab' ich schon. Ganz gut. Ähm... jetzt kommen wir ganz viele Mails stimmt ich sollte mal jemanden erwähnen nämlich Michael oder ich weiß nicht so richtig wie es ausgesprochen wird könnt ihr einfach mal suchen in der Suchleiste oder so ich weiß jetzt nicht was ich da noch so ruhig sagen soll macht der auch Minecraft Videos oder was macht der so? ne eigentlich ne ich habe es da nicht so richtig durchgesehen tut mir so leid irgendwie fehlt mir das hier noch, da stürzt man immer genau so fast runter kannst du mal in den Buch mal angucken ja kann ich machen oder musst du ja jetzt machen kannst du ja mal später machen von mir ist mir scheißegal na so was sagt man aber nicht ah ja was hast du gerade gesagt? scheimgeist egal das ist irgendwie ganz schön schwierig gerade und jetzt ist es wieder leer Das war ein Ohrwurm, ey. Hast du eigentlich nichts schon mal das erzählt mit einem Supertalent? Was denn? Achso, nein. Erzähl du doch mal. Ja, also beim Supertalent waren ja zwei Leute und also waren so zwei Frauen, sollten das zumindest darstellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Frauen waren. Zumindest sahen die ganz komisch aus und so und da hieß halt eine Nice. Lol. Voll funny. Voll lol. Voll funny. Lol. Funny. Lol. Alter, nerv nie. Lol. Lol ist lol. Deiner Mann. Hey, wollte ich nicht ein paar Mal Hauslaps machen? Oh Gott. Dann mache ich mal drei. Hafis Lapsis. So, das muss das mal reichen. Und es sind schon wieder acht Minuten rum. Schon war. Ja. Gott, die Zeit vergeht. Und ich habe 57 Abonnenten und finde das ganz toll und will mich bedanken. Und, äh, ihr könnt mir helfen. Ihr, ja ganz genau ihr. Könnt mir helfen, noch die 60 zu bekommen. Indem ihr, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, jetzt auf Abonnieren klickt. Es fehlen nur noch drei Abonnenten. Und dann haben wir die 60 Abonnenten mal geknackt. Ich verbaue mich hier immer. Ja. Wäre cool. Oh. Ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Ah ja, und ich sollte noch über die... Oh Gott. Über die zukünftigen Bauwerke reden. Oh, jetzt nervt. Über die zukünftigen Bauwerke reden. Was wir noch, ähm, bauen werden. Wie halt zum Beispiel die Monsterspawner. Und da, ähm, schaut euch einfach mal, ähm, das vierte Let's Show an. Link ist in der Beschreibung. Und, äh, da seht ihr dann den Monsterspawner, den ich schon mal in meiner anderen Welt gebaut habe. Und, ähm, ja, den würde ich dann in der Welt hier auch so ungefähr bauen. Ja. Es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen komisch klinge. Ich habe Schnüpfen. Oh. Schön, schön, Schnüpfen. Eine Tüte mit Leid. Ahah, das war die falsche. Tütele ding. Und schon noch Klingelton. Ich mach das jetzt mal von hier oben. Ich habe keinen Bock mehr hoch zu gehen. Und da ist noch ein Apfel. Wie geil ist das denn? Hier gibt es übelst viele Äpfel heute. Äpfel? Ja. Sicher? Ich habe jetzt schon drei Äpfel. Drei, Alter. Oh, drei, ganz schöne. Na, sonst immer habe ich null. Null. Ich will es schon. Oh fuck, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch. Ich will hier hochgehen. Hm, mach mir noch ein paar. Oh ok, halt mehr. Jetzt könnt ich deine Hilfe gebrauchen. Ok, wo bist du bei der Borg oder wo? Dort, ich komme. Ich komme. Du kommst zu mir? Ich komme zu dir. Ach, jetzt können wir hier so rumgehen. So eine Idee. Blödes Mist fliege weg. Blödes Mist. Oh nein, 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 nein. Oh, ich wäre beinah runter geflogen, Alter. Ah, Kriber, Kriber. Oh ne, tot. Oh nein. Scheiße. Was denn? Fuck. Was? Nein. Was denn? Guck dir das lieber selber an. Du wirst mich hassen. Was hast du mir kaputt gemacht? Eine Treppe. Aber total kaputt gemacht. Total kaputt gemacht. Scheiß Kriber, Alter. Daher. Ist mir hier nicht irgendwo was runter? Ah, dort. Fangen die schon da drin? Was? Oh, fuck. Ich komme mal. Scheiße, ich habe gerade überhaupt nichts. Ja, ich komme. Lol. Scheiße. Was mache ich denn da jetzt? Wie komme ich denn da runter? Ist doch egal. Lass einfach. Warte einfach ab, bis ich komme. Ich will das Zeug schon. Ich sage dann in der Zeit, wo ich dein Zeug wiederhole. Schon mal tschüss. Beziehungsweise reparier. Kannst mich auch gleich töten. Kann ich auch machen, ja. Sag ich schon mal tschüss. Bis zur nächsten Folge. Du hast ja gar nichts. Nee. Weil ich halt gerade tot gewesen bin. Nein. Daneben. Wo ist denn hier was? Da drinnen oder? Oh, dort müsste was liegen. Ich weiß jetzt nicht wo ganz genau. Ach da unten. Ja, aber das ist so eine Zeug. Nee, das war es nicht. Ich war gerade auf dem Weg nach oben. Wahrscheinlich dort in den Steinen dort. Alter. Doch, das ist schon dein Zeug. Ach so? Ja, das ist schon dein Zeug. Ach stimmt, drei. Drei Äpfel. Das ist kein Zeichen. Das ist fieser. Ja. Der stand genau hinter mir mal wieder. Du immer mit deinen Creepern, ey. Ja, die können mich nicht leiden, die Fischer. Zumindest nicht in deiner Welt. Oder du kannst mich nicht leiden. Warte, ist das jetzt richtig? Irgendwie sieht das nicht aus. Nee, das ist irgendwie zu hoch, oder? Ja. Ich glaube, da sollen noch ein paar Haafslips hin, ey. Ja, genau, hier haben wir ein Haafslips drauf. Eins, zwei und da fehlt uns hier noch. Ja, also ich sag jetzt mal ganz schnell, tschüss, bis zur nächsten Folge. Wird mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Dann haben wir irgendwann mal bald die... Das sieht immer noch scheiße aus. Na egal. Die 60 Abonnenten-Marke geknackt. Ähm. Und, ja, würde mich sehr freuen. Dann, kommentiert, was ich gesagt habe, wie findet ihr Gangnam Style. Und, ja, bis zur... Ah ja, liked, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Dann,树弓